Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Mount & Blade Warband. Oder noch nicht wirklich Let's Play, sondern Let's Entscheide-Die-Story. Das klingt richtig mies. Egal. Also, in dieser Videoserie, die jetzt hier aus einigen Videos bestehen wird, werdet ihr die Hintergrundgeschichte unseres Charakters in Mount & Blade Warband bestimmen können. Wie das funktioniert erkläre ich gleich. Vorher will ich euch noch kurz hier hoffentlich einen Screenshot zeigen, der beweist, dass Warband wirklich gespielt werden soll, dass die Abstimmung eben so ausgegangen ist. Gut, und ich habe mir jetzt gedacht, wie soll ich das machen, was für einen Charakter soll ich spielen. Ich lasse das lieber vollkommen, also wirklich voll und ganz, euch entscheiden, welchen Charakter wir spielen werden. Das heißt, in dieser Videoserie werdet ihr unter jedem Video abstimmen können, was die Hintergrundgeschichte unseres Charakters ist und am Schluss sogar noch so den Namen des Charakters bestimmen können und außerdem, was gibt es noch, ja, mit welcher Waffenart wir kämpfen werden. Ich hoffe, dass ich mit allen irgendwie annähernd klarkomme. Gut, naja, egal. Also, erstes Video. Ich drücke mal nur auf Neues Spiel. Hier gibt es dann noch nicht viel zu tun. Ich klicke mal nur auf Weiter. Und das ist jetzt die Entscheidung des ersten Videos. Das werden also ganz kurze Videos und jedes Video ist eigentlich, fungiert nur als eine Abstimmung. Erstes Video. Unter diesem Video entscheidet ihr, ob der Charakter männlich oder weiblich sein soll. Das heißt, ich werde da einfach die Abstimmung drunter. Ich schreibe männlich-weiblich hin, was mehr Likes hat, gewinnt. Genau dasselbe System gilt für alle anderen Videos. Gut. 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 Gut.